Seid dabei, wenn es wieder heißt, am 3. Januar 2020, Familienstellen am Freitag um 19 Uhr in Wimär. Erlebe ein spannendes Erlebnis, was du mit deinem Verstand niemals erleben kannst. Tauche ein in einer Welt, die in dir herrscht, in dir lebt, die du aber mit dem Verstand, mit dem Ego niemals ergreifen kannst. Verändere dein Leben, deine Situation und beginne das Leben, wofür du bestimmt bist. Ohne Angst, ohne Zweifel, ohne angegriffen zu werden, sei einfach nur du. Vier Beobachter, 10 Euro und Aufsteller zahlen wie immer den gleichen Preis. Ich freue mich auf euch am 3. Januar 2020 um 19 Uhr in Wimär. Ich freue mich auf euch. 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 Vielen Dank.